hallo er liegt auf hi und ganz herzlich willkommen zu einem neuen video auf meinem kanal ich bin es wieder eure dudana und freue mich dass ihr wieder dabei seid und ich wünsche jetzt ganz viel spaß bei diesem video und zwar heute werde ich den anrufen und zwar den lieben noah ich habe nämlich seine nummer bekommen und er hat so geschrieben kann man mal telefonieren kannst du mich anschreiben und ich dachte mir so wir rufen den einfach an weil diese person gibt sich so viel mühe mit dieser fanpage und liked ihr das video schaut ihr das video und das so düst ich zeige euch mal wie ich ihn eingespeichert habe und dann rufen wir den gemeinsam an würde ich sagen sieht man das werden wir jetzt einfach anrufen und mal gucken ob er rangeht ich hoffe so sehr dass er rangeht weil das wäre echt madig wenn ich ihn jetzt anrufe und er nicht rangeht und mal gucken ob er sich freut wie die reaktion ist und ich bin sehr gespannt ich hoffe so sehr dass du rangeht ich bin selber sehr sehr aufgeregt was hallo hallo weißt du wie hier dran ist eine youtuberin warte dann sag mal hallo in die kamera Ähm, hallo? Achso, ja, nee, danke. Also, ich freu mich grad echt. Wie geht's dir so? Bin gut, ja. Ja, bei mir alles perfekt. Das freut mich. Das ist voll süß, deine Fanpage und alles, was du so gemacht hast. Dankeschön! Ja, mach ich auch gerne. Du freust dich gerade so voll süß. Ja. Naja, so. Am Anfang dachte ich halt, ein Anruf sei. Mich haben schon viele Nummern angerufen, wo ich dachte, wer sollte sein. Oder wo kam die meine Nummer her. Sag ich jetzt so. Aber dann, weil ich ja erkannt habe, dass du das bist, ist jeder was anderes. Ey, ich bin gerade so irgendwie voll aufgeregt, weil ich hab sowas noch nie gemacht. Ja, ich eigentlich auch. Wenn ich grad so YouTuber entspreche, das ist sowas wie immer nervös oder so. Allgemein. Aufgeregt. Süß. Ja. Also, es kann es überraschen, dass du anrufst. Ja, das sollte ja auch der Zweck sein, dass du davon nichts weißt. Ja. Willst du irgendwen grüßen oder so? Ähm, ja, vielleicht mein bestes Freund Pascal. Also, drehst du gerade ein Video oder wie? Ja. Störe ich gerade? Nein. Weil ich hab ja extra das Video für dich so gedreht, dass ich dich anrufe. Und das ist schon seit Planung, seit einem Monat ungefähr. Ja. Dann nicht mich, ähm, bei dir. Nichts zu danken, ich hab zu danken. Das ist so süß. Wie viel Arbeit und Zeit du in diese Fanpage und alles reinsteckst und die Texte. Und ich weiß gar nicht, was ich immer sagen soll, weil ich einfach so glücklich bin, dich zu kennen, die ganze Judana-Community zu haben. Ja, aber ohne dich wär's ja eigentlich auch nicht möglich gewesen, also. Ja, ich guck mir dann das Video an, wenn du's hochlädst. Ja, kommt wahrscheinlich am Wochenende online. Okay. Gut, werde ich dann auf 8. Ja, das wirst du aber sofort auch am Text erkennen. So, Titel. Ja, also. Die Glocke ist eh an. Jetzt werde ich nicht verpackt. Eben. Am Wochenende kommen sogar zwei Videos online. Ja, guck ich dann weiter an. Cool. Freu mich. Ja, also ich hab dich sehr zuckig nicht erkannt, also. Bin ich so schwer zu erkennen, oder? Ja, auf jeden Fall. Ja. Süß. Ähm. Ansonsten. Was hast du heute Morgen zuvor noch? Ähm, also heute geh ich noch mit einer Freundin in den Park. Okay, also dann, ähm. Ach, weiter so. Mit allem. Auf jeden Fall. Und Dankeschön. Ja, gerne. Ich war in Runden. Gerne. Immer wieder gerne. Ciao. Ciao. Ich wünsch dir noch einen schönen Tag, ja? Dir auch. Dankeschön. Äh, tschüss. Tschüss. War echt unglaublich schön. Jetzt mal ohne Mist. Er geht einfach einfach nicht ran. Und ich denke so, hallo. So, dann ruft man schon einmal an. Und dann geht er nicht ran und legt einfach dann auf. Auf jeden Fall hat er mich ja dann erkannt und, oh mein Gott, so süß. Und Leute, unten in der Infobox, ähm, werde ich erstmal die Fanpage-Fed verlinken und, ja, einen kleinen Text noch zu ihm schreiben. Und ich freue mich einfach so, dass ich euch kenne, dass ich ihn habe. Und es ist so, 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 so toll, so eine geile Community zu haben. Doch noch rangegangen ist und dass wir jetzt ein bisschen gequatscht haben. Ähm, und ich bin gerade so glücklich, weil ich habe sowas einfach noch nie gemacht. Und ganz liebe Grüße an seinen besten Freund, den Pascal. Und, Noah, Dankeschön einfach für alles. Habe ich ja schon am Telefon alles gesagt. Und, ja, ich bin gerade einfach voll glücklich. Und, Gott, das ist einfach so, so ein schönes, tolles Gefühl, wenn man wirkliche Fans hat. Und wirkliche Zuschauer, die einen verfolgen und die sich bei dir bedanken. Und das ist einfach so süß. Und ich habe zu danken und nicht ihr. Und ohne euch gäbe es mich ja so jetzt nicht. Gott, ich weiß gar nicht, was ich sage. So, ich bin gerade so, dass dein Gefühl ist so voll überwältigt. Vor allem, mich freut das, wenn ich euch da draußen glücklich machen kann. Ähm, und wenn ihr Lust habt, dass ich mehrere Leute mal anrufe, dann gebt einfach diesem Video einen fetten Daumen nach oben. Ähm, stimmt in den Infokarten, whatever, ab. Abonniert mich da oder da, whatever. Schreibt doch in die Kommis, ob euch das Video gefallen hat, ob ihr das süß fandet. Und, ja, und an alle Leute, die sagen, das ist fake oder so. Es ist halt nicht fake, weil warum ist halt sich das faken? Wenn das Video einfach gefallen hat, Daumen nach oben. Weniger ist immer scheiße. Ähm, einfach abonnieren und man sieht sich. Ciao!